Wer ist gerade auf der Siegerstraße? Für wen sieht es gerade gut aus in diesem Krieg? Dieser Frage wollen wir uns hier nähern nach dem jetzigen Zeitpunkt von Anfang Dezember. Gleichzeitig wollen wir uns anschauen, was war im vergangenen Monat an Entwicklungen an der Front zu sehen, die von Bedeutung waren an den Heimatfronten, an den politischen Fronten, sowie was die internationale Unterstützung angeht. Wie gesagt, eine kleine Zusammenfassung des vergangenen Monats, sowie eine Aussicht, was wir erwarten an Entwicklungen für die Zukunft. Wir fangen an mit der Dnipro-Front. Nachdem hier Russland die Zeit hatte zu reagieren, auf die ukrainischen Landungen ist de facto ein Stillstand eingetreten. Aktuell kommt keine der beiden Seiten wirklich voran. Während die Ukraine versucht weiterhin anzugreifen und gelegentlich temporäre Erfolge erzielt, sind diese vor allem temporär. Weder ist eine wirkliche Veränderung der Kontrolle von Krinki zu beobachten, noch waren die Angriffe weiter südwestlich entlang des Ufers von irgendwelchen Erfolgen gekennzeichnet. Daher ist aktuell nach der Einschätzung ein ukrainischer operativer Erfolg unwahrscheinlich, denn Russland hatte die Zeit, sich darauf einzustellen, dass die Ukrainer nun eine dauerhafte Präsenz auf der östlichen Seite des Dnipro eingerichtet haben. Russland selbst hat im Prinzip die Möglichkeiten, diese Brückenköpfe einzudrücken. Allerdings scheint dies ebenfalls nicht über die Maßen wahrscheinlich zu sein, da die Bedrohung, die von ihnen ausgeht, überschaubar ist und gleichzeitig Russland bei dem Versuch, diese Brückenköpfe einzudrücken, extrem hohe Verluste erwarten darf durch die ukrainische Artillerie und durch die ukrainischen FPV-Drohnen. Daher ist zum jetzigen Zeitpunkt unwahrscheinlich, dass sich im nächsten Monat oder beziehungsweise jetzt im Monat Dezember etwas wesentlich am Dnipro ändert. Die generelle Initiative dort würde ich allerdings weiterhin der Ukraine zuschreiben, da sie noch dort bestimmt. Sie kann entscheiden, wie viele Truppen sie heranführt. Sie hat dort etwas mehr die Entscheidung, was passiert, auch wenn ich nicht erwarte, dass sie dabei besonders erfolgreich sein wird. Auch an der Saporischie-Front herrscht de facto ein Stillstand. Es sind weiterhin keine wirklich großen Veränderungen zu erwarten. Während wir zuletzt eher russische Erfolge hatten, wo diese weiter vorgerückt sind, ist es den Ukrainern doch meist gelungen, sie wieder zurückzuwerfen. Im Großen und Ganzen haben wir allerdings hier den Eindruck, die ukrainische Offensivkraft im Süden an der Saporischie-Front ist erlarmt, während die Russen sich ihrerseits aktuell vor allem auf den Donbass konzentrieren und daher dort höchstwahrscheinlich nicht ausreichend starke Reserven heranführen werden, um eine wirkliche Wende an der Front herbeizuführen. Generell ist es für die Ukraine dort immer noch leichter, die Entscheidungsgewalt zu haben, wie sich die Front entwickelt. Daher werde ich auch hier eventuell noch die Initiative mit ein wenig Vorbehalt der Ukraine zuschreiben. Aber klar ist es, dass sie hier alles andere als einfach hat in dem Bereich südlich von Orychiv, während wir weiter östlich an der Oblastgrenze natürlich schon wieder ein anderes Thema haben. An der Donetsk-Front, die hier an der Oblastgrenze zu Saporischie beginnt und ein Stück nordöstlich von Bachmut an die Luhansk-Front sich annähert, hat die Ukraine nun die Initiative klar verloren. Sie ist hier in der Defensive. Russland ist seinerseits auf dem Vormarsch. Wir haben an praktisch allen Bereichen dieser Front in dem vergangenen Monat Erfolge der Russen sehen können. Hierbei ist es so, dass wenn wir anfangen gegen den Uhrzeiger sind, bei Velika Novosilka ist für beide Seiten eher ein Nebenkriegsschauplatz. Hier haben allerdings die Russen in den letzten Wochen einige Erfolge gehabt, sind näher an Staromajorske herangekommen, was hier in dem Flusstal ist. Hier ist es möglich, dass sie Staromajorske in diesem Monat einnehmen werden. Alles, was nötig sein wird dafür, ist ein Vormarsch von etwa zweieinhalb bis drei Kilometern hier entlang der Baumlinie. Daraufhin können sie das Tal dominieren und wahrscheinlich einen ukrainischen Rückzug aus Staromajorske erzwingen. Weitere Durchbrüche, große Veränderungen sind nicht zu erwarten. Es ist auch durchaus möglich, dass die Ukraine sich hier halten kann. Denn wie gesagt, für beide Seiten wird der Eindruck erweckt, dass dies hier ein Nebenkriegsschauplatz ist. Bei Wuleda sind aktuell keine dramatischen Veränderungen zu erwarten. Russland konzentriert sich eher auf die weiter gegen den Uhrzeigersinn laufenden Teile der Front. Hier bei Marinka ist zu erwarten, dass die Russen bis Jahresende möglicherweise den südlichen Teil von Marinka einnehmen werden. Im Norden werden sie weiterhin Probleme haben. Ich würde zum jetzigen Zeitpunkt nicht erwarten, dass Marinka bis Jahresende gefallen ist. Aber wie gesagt, das sind Prognosen. Da ist natürlich jederzeit möglich, dass ich falsch liegen kann. Die Russen konzentrieren sich gerade auf Avtivka und haben hier mit unter großem Material- und Personaleinsatz und unter großen Verlusten an mehreren Stellen Erfolge erzielt. Auch nicht unbedeutende Erfolge, weil diese in bislang bestehende Befestigungen eindringen konnten. Hier würde ich erwarten, dass die Angriffe der Russen weitergehen und dass die Russen bis Jahresende weitere Erfolge erzielen können. Ob sie zum Jahresende bereits Avtivka kontrollieren, halte ich für unwahrscheinlich. Aktuell ist klar von der Ukraine der Wille zu sehen, diesen Frontvorsprung hier, den Halbkessel zu halten und dafür zu sorgen, dass er unter ukrainischer Kontrolle bleibt. Sofern also nicht ein überraschender Durchbruch von russischer Seite geschieht, würde ich weitere Geländegewinne erhöhten Druck auf Avtivka erwarten, aber bis zum Jahresende noch keinen Verlust der Stadt. Wenn wir weitergehen, nördlich bei Bachmut hier sind die Russen wieder deutlich in der Initiative, haben die Initiative deutlich übernommen. Zu erwarten dürfte sein, dass sie hier entlang des Höhenzuges westlich von Klischivka weiter versuchen vorzurücken und damit möglicherweise eine Evakuierung von Klischivka, eventuell auch von Andrivka erzwingen. Aber eine große Veränderung hier entlang der Front ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht über die Maßen zu erwarten. Generell für diesen Frontabschnitt ist klar zu sagen, die Initiative liegt hier bei Russland. Da gibt es aktuell keine Zweifel mehr. Die ukrainischen Offensivbemühungen bei Bachmut haben klar ihren Kulminationspunkt erreicht und überschritten und während die Russen bei Avtivka durch das Heranführen von weiteren Verstärkungen aktuell die Initiative behalten und weiterhin den Druck aufrechterhalten. Doch nun zum Sponsor des heutigen Videos. CyberGhost VPN ist einer der weltweit führenden Anbieter von VPN mit mehr als 38 Millionen Nutzern. Fast 19.000 Nutzer haben CyberGhost auf Trustpilot mit einem hervorragenden Durchschnitt von 4,3 Punkten bewertet. Das VPN versteckt die IP-Adresse, verschlüsselt die Daten und leitet allen Verkehr im Internet durch einen sicheren VPN-Tunnel. Dabei erlaubt das VPN den Zugriff auf über 35 beliebte Streaming-Anbieter wie Netflix, Hulu, Amazon Prime, Disney Plus und den BBC iPlayer, womit man weltweit einen Zugriff ohne Geoblocking hat. Die für Windows, Mac, iOS, Android, Smart TVs, Spielekonsolen und Linux zur Verfügung stehende Software ist nicht nur nutzerfreundlich und ohne technische Kenntnisse zu bedienen. Über 9.000 Server in 91 Ländern können beruflich wie auch privat genutzt werden, während das eigene Online-Verhalten verborgen bleibt. Mit einem Abo können bis zu sieben verschiedene Endgeräte gleichzeitig angemeldet werden. Die Zugangsdaten dürfen ausdrücklich mit der eigenen Familie geteilt werden. Bei einem Klick auf den unten stehenden Link erhalten Sie 83% Rabatt auf einen 24-Monats-Vertrag, was nur 2,03 Euro pro Monat bedeutet. Anschließend erhalten Sie noch einmal 4 Monate gratis dazu. CyberGhost bietet eine 45-Tage-Geld-Zurück-Garantie an, während das Support-Team rund um die Uhr auch auf Deutsch zur Verfügung steht. Die Front hier nördlich von Donetsk ist vor allem in der Provinz in der Oblast Luhans gelegen, im Norden ein wenig nach Kharkiv hinein. Hier ist es zu erwarten, dass es für beide weiterhin eine Art Nebenkriegsschauplatz bleibt, dass sich beide Seiten nicht voll auf diesen Bereich konzentrieren, sondern eher versuchen, die Erfolge des Gegners unter Kontrolle zu halten. Hierbei ist zu erwarten, dass die Ukraine kleinere taktische Erfolge erzielen kann. Wir haben zuletzt welche hier im Cerebrianzgewalt gesehen. Dort greifen sie momentan mit kleineren Trupps an. Es ist möglich, dass taktische Erfolge erzielt werden. Im Ganzen gilt das ähnlich für Russland, allerdings in größerem Maße, denn die Russen sind bereit, hier mehr einzusetzen und vor allem auch mehr zu verbrauchen. Im Besonderen hierbei durch den Einsatz von Sturm-Z-Einhalten, also diese Gefängnisrekruten, die an vielen Teilen der Front dort aufgetaucht sind und für die Russen eine Art Verbrauchsware sind. Und daher sind sie deutlich eher bereit, dort höhere Verluste in Kauf zu nehmen. Wenn die russische Seite also gewillt ist, Material zu verwenden und Personal in großen Mengen in die Front zu werfen, ist davon auszugehen, dass sie prinzipiell dabei Erfolge erzielen werden. Daher würde ich bis zum Jahresende eine leichte Tendenz pro Russland erwarten. Ich würde an verschiedenen Teilen der Front kleinere russische Erfolge erwarten, aber keinen Durchbruch, keine fundamentale Veränderung. Lokal können wir im Gegenzug kleinere taktische Erfolge der Ukraine erwarten. Im Ganzen ist auch hier die Initiative klar auf der russischen Seite. Wer hat also nun die strategische Initiative? Das heißt, welche der beiden Seiten bestimmt gerade deutlich mehr über den Fortgang des Krieges, wie er sich entwickelt, als die andere Seite? Und zumindest für Anfang Dezember muss ich klar konstatieren, aktuell ist dies Russland. Russland hat klar die strategische Initiative zurückgeholt, nachdem es diese nach dem Rückzug aus Kherson eine Weile hatte während seiner Winteroffensive und dann während der ukrainischen Gegenoffensive. Die Ukrainer sich darum bemüht haben, sie zurückzuerlangen, müssen wir jetzt klar beurteilen. Die Russen haben die strategische Initiative zurückgewonnen. Da die Lage im rückwärtigen Raum ganz wesentlich dafür verantwortlich ist, was an der Front passiert, sei es bezüglich Nachschub, sei es bezüglich Personal und natürlich Moral, schauen wir uns nun die Heimatfront an und fangen mit der Ukraine an. Die Ukraine hat aktuell spürbare Probleme mit der Mobilmachung und der Rekrutierung. Das hat damit angefangen, dass Selenskyj korrupte Regierungsbeamte, korrupte Rekrutierungsbeamte gefeuert hat und seither die Erwartung in der Ukraine besteht, dass wer in diesen Büros arbeitet, korrupt sei, weshalb es Probleme gibt, neue zu finden, die bereit sind, dort zu arbeiten. Dies hat die Rekrutierungsbemühungen eingeschränkt. Jetzt kommen Proteste hinzu, die sind noch nicht groß, aber sie existieren und werden langsam größer von Familienangehörigen der Wehrpflichtigen, die vor Beginn des Krieges ihren Wehrdienst angetreten haben und nun fast zwei Jahre lang gekämpft haben. Dort verlangen nun Familienmitglieder, dass diese Soldaten entlassen werden und das ist natürlich für die Ukraine ein Problem, weil sie durch die Größe ihrer Streitkräfte nicht die Wahl hat, die Soldaten alle ein bis zwei Jahre durchzuwechseln, ohne dass sie sie anschließend irgendwann wieder braucht. Wenn der Krieg noch länger als zwei bis drei Jahre, weitere Jahre dauert. Für die Ukraine wird es also ein Problem sein, wie sie damit umgeht, dass sie den Soldaten die Hoffnung gibt, dass sie nicht endlos an der Front bleiben müssen, bis sie effektiv gefallen sind oder verstümmelt wurden oder bis der Krieg gewonnen wurde, während sie gleichzeitig nur einen beschränkten Personalpool hat. Und dazu kommt das Problem, wenn sie durchrotiert, Leute entlässt, verliert sie diese so wertvolle Erfahrung, die mit mit höherer Kampfkraft verbunden ist, mit höherer Überlebenschance etc. Das ist aktuell ein großes Problem, mit dem die Ukraine zu kämpfen hat. Weiterhin muss der ukrainische Präsident Zelensky nun damit leben, dass die Gegenoffensive der Ukraine gescheitert ist. Denn diese wurde groß angekündigt über Monate, die Hoffnung aller Menschen wurden gesteigert, die wurden erhoben, angehoben. Es wurde darüber gesprochen, dass man die Sommerferien 2023 wieder auf der Krim verbringen könnte und ähnliche Floskeln. Und nun muss sich die Ukraine damit beschäftigen, dass die gesamte Frühjahrsoffensive oder die gesamte Gegenoffensive, die ja dann eigentlich im Sommer begonnen hat, nach wenigen Kilometern liegen geblieben ist. Dies hat natürlich einen starken Schlag für seine Zustimmung, bedeutet für die Zustimmung des ukrainischen Präsidenten. Und an der Moral der Ukrainer ist dies auch nicht spurlos vorübergegangen. Dazu ist ein weiteres Problem, dass Zelensky und Saluszny, einerseits der Präsident, andererseits der Oberkommandierende der Streitkräfte, gerade öffentlich wahrgenommen einen Konflikt miteinander haben. Das ist prinzipiell nicht ein fundamentales Problem. Politik und Militär haben unterschiedliche Interessen und unterschiedliche Kompetenzen und Zielsetzungen. Diese reiben sich miteinander und das ist sogar notwendig. Allerdings ist die Öffentlichkeitswirkung negativ, die wird sehr negativ aufgenommen. Und das kann natürlich, wenn die Probleme ernster sind als erwartet oder erhofft, kann dies zu einer Entlassung von Saluszny führen. Und dazu muss er durch jemanden ersetzt werden, der kompetent genug ist, dies adäquat zu tun. Das heißt, hier gibt es weitere Probleme für die Ukraine an der Heimatfront. Darüber hinaus ist die Ukraine natürlich jetzt angespannt an der Heimatfront, weil die Erwartungen zu hoch waren. Und das Scheitern jetzt sehr an der Bevölkerung nagt. Das führt bereits zu einer sinkenden Zustimmung, sowohl bezüglich der Regierung als auch zur Fortführung des Krieges. Die ist immer noch sehr hoch, immer noch deutlich über 80 Prozent der Bevölkerung will, dass der Krieg weitergekämpft wird und bis zum Sieg weitergekämpft wird. Aber wir waren hier schon deutlich über 90 Prozent. Das heißt, wir sehen, dass es an der Zustimmung, an der Unterstützung der Bevölkerung nagt. Auch wenn wir klar sagen müssen, aktuell ist dies noch nicht dramatisch, aber es ist eben ein negativer Trend. Außerdem ein weiteres Problem, was die Ukraine jetzt hat an der Heimatfront, wird eine große russische Luftoffensive erwartet, die die ukrainische Infrastruktur, vor allem die Energieinfrastruktur angreifen wird und höchstwahrscheinlich durch Übersättigung auch erheblich beschädigen wird. Das wird ein weiteres Problem sein, mit dem die Ukraine zu kämpfen hat. An der Heimatfront in Russland gibt es keine dramatischen Veränderungen. In zunehmendem Maße ist die Bevölkerung willens Frieden zu schließen. Neue Umfragen, die wahrscheinlich akkurat sind, haben gesagt, dass die Bevölkerung mehrheitlich nun einen Friedensschluss bevorzugt, auch ohne einen Sieg zu erringen, auch ohne die eigenen Kriegsziele zu erreichen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist dies wahrscheinlich noch nicht von ausreichender Bedeutung. Generell gilt hier die Einschätzung, die von Insidern geäußert wurde, die wesentlichen Teile der Opposition ist aktuell unterdrückt oder resigniert oder hat das Land verlassen. An der Heimatfront in Russland gibt es aktuell keine dramatischen Probleme. Die Lage ist nicht rosig, aber sie ist auch nicht katastrophal. Sie ist weiterhin stabil, leicht negativ, aber stabil. Relevante Meldungen, relevante Veränderungen im Bereich der internationalen Unterstützung haben wir für beide Seiten. Zum einen ist nun ziemlich klar, dass Nordkorea höchstwahrscheinlich mehr als eine Million Granaten in anderthalb Monaten an Russland übergeben hat, während die EU ihrerseits dem Versprechen, eine Million Granaten an die Ukraine zu liefern, aller Wahrscheinlichkeit nicht nachkommen wird. Das heißt, auch hier ist die Tendenz positiv für Russland. Was die Moral beider Seiten angeht, so ist die Moral der Ukrainer, der Bevölkerung in der Ukraine noch immer klar und deutlich besser als die der Russen. Allerdings ist sie im Sinken begriffen. Dies wird nun klar dokumentiert. Auf russischer Seite herrscht dagegen eher Lethargie. Die Mehrheit wünscht sich inzwischen Frieden. Die fanatischen Unterstützer des Krieges haben sich fast halbiert im letzten halben Jahr. Aber es ist weiterhin kein Zusammenbruch von der russischen Seite zu erwarten. Es mag Lethargie herrschen. Es mag Friedensbereitschaft und Friedenswunsch herrschen. Aber es scheint nicht wahrscheinlich zu sein, dass sich dies an der Front in irgendeiner relevanten Art und Weise auswirken wird. Was das Material angeht, hat Russland die Oberhand. Es hat deutlich mehr zur Verfügung. Es hat eine Überlegenheit, was die Munition angeht. Es hat eine Überlegenheit, was die elektronische Kriegsführung angeht. Im Allgemeinen scheint der Nachschub auf der russischen Seite deutlich besser zu laufen. Auf der ukrainischen Seite haben wir für den Monat Dezember eine positive Nachricht zu erwarten. Die ist aber noch nicht eingetroffen. Das ist der Einsatz von Ground Launch Small Diameter Bombs. Also diese Fliegerbomben, die in Raketen umgebaut werden, damit sie von HIMARS und M270 verschossen werden. Hier werden wir sehen müssen, wie viele geliefert werden und wie effektiv die russische elektronische Kriegsführung ist, diese Waffen bei dem Finden ihres Zieles zu hindern. Aber das wird sich diesen Monat zeigen müssen. Was die Rüstungstechnologie angeht und die Rüstungsproduktion, hat ebenfalls Russland den klaren Vorteil. Russland fährt seine Produktion nachweisbar immer weiter hoch. Es arbeitet daran, seine Waffen zu verbessern, sei es die Technologie zu verbessern, sei es sie wirtschaftlicher zu machen, um die Produktion zu erhöhen. Es hat in Besonderen bei Drohnen seinen Ausstoß vervielfacht. Es hat beispielsweise die Lenzet Drohnen mit einer längeren Reichweite versehen können. Hier hat sich eine erhebliche Verbesserung der russischen Lage eingestellt. Es modernisiert seine Waffen. Im Ganzen ist dort die Aussicht positiv für die russische Seite. Auf der ukrainischen Seite gibt es aktuell bei den Versprechen vor allem Flugabwehrsysteme, die für die erwartete Winteroffensive der Russen, die Winterluftoffensive von sehr großer Bedeutung sein wird. Was allerdings die Lieferung anderen Materials angeht, so ist es vor allem aktuell die Restposten, die noch in den Lagern irgendwo gefunden werden, die die Ukraine zu erwarten hat. Ansonsten bleibt ihr nur noch die Eigenproduktion, wo die Ukraine optimistisch von mehreren hundert gepanzerten Schützenfahrzeugen, Schützenpanzern, Radschützenpanzern ausgeht, dass sie diese 2023 bauen wird. Aber bislang gibt es keine großen Versprechen, was weitere Hilfe für die Ukraine angeht. Tatsächlich ist jetzt zu Beginn von Dezember der niedrigste Stand ausländischer versprochener Hilfe seit Kriegsbeginn. Was hat sich seit dem letzten Monat geändert? Das wird natürlich vor allem interessant für künftige Ausgaben dieses Formats. Aber zum jetzigen Zeitpunkt können wir sagen, es hat sich geändert, dass einerseits von ukrainischer Seite die Niederlage in der Gegenoffensive nun offiziell eingestanden wurde. Auch wenn man sich noch ein bisschen vor dem Expresses Verbes drückt, vor dem ausdrücklichen Aussprechen, so ist doch in der Wortwahl kein Zweifel mehr, dass die Ukraine eingestanden hat, dass sie ganz erheblich mit ihren Erwartungen zurückgeblieben ist und keine wirklichen Erfolge mit der Gegenoffensive erreicht hat. Gleichzeitig ist wichtig im vergangenen Monat, dass die Russen sich auch durch schwerste Verluste nicht davon abhalten haben lassen, weiterhin in Richtung Avdivka zu drücken und dort weiterhin sich langsam vorzunagen. Auch wenn wir noch keine entscheidenden Erfolge sehen, können wir doch sehen, dass die Russen willens sind, große Verluste in Kauf zu nehmen und trotzdem weiter anzugreifen. Das ist eine weitere Entwicklung, die wir im letzten Monat beobachten konnten. Wenn wir das alles zusammenfassen, kommen wir zu einer aktuellen Einschätzung meinerseits, was die Siegchancen zum jetzigen Zeitpunkt angeht. Und nach meiner Einschätzung hat Russland aktuell eine 60-prozentige Chance, diesen Krieg zu gewinnen. Das heißt 40 Prozent noch für die Ukraine, aber eben 40 zu 60 deutlich weniger. Hier nur zur vollen Erklärung, Siegchancen können sich ganz erheblich wandeln während des Verlaufs eines Krieges. Das bedeutet nicht, dass damit Russland gewinnen wird. Das bedeutet nicht, dass die Ukraine deshalb verlieren wird oder ihrerseits nicht noch gewinnen wird. Was es bedeutet, ist, dass zum jetzigen Zeitpunkt der Trend in Richtung Russland läuft. Im historischen Kontext können wir uns hier beispielsweise Deutschland vor dem Beginn der Luftschlacht um England anschauen. Da hätte man international wahrscheinlich die deutschen Siegchancen auf 80 bis 90 Prozent angesetzt. Nachdem Frankreich in wenigen Wochen überrannt wurde, nachdem man zuvor Polen überrannt hatte, nachdem die Briten unter Zurücklassung des meisten Materials gerade so geschafft haben, ein paar hunderttausend Soldaten von Dünkirchen zu retten. Da wirkte es so, als ob die Wehrmacht unschlagbar und unaufhaltbar sei. Und wie wir alle wissen, sah das im Mai 1945 dann doch wieder ganz erheblich aus. In einem solchen Krieg kann sich fundamentale Dinge können sich über Nacht ändern. Es können andere Staaten in den Krieg eingreifen. Es können andere Staaten massive Waffenlieferungen plötzlich entscheiden, versprechen oder gar schicken. Es können Freiwillige geschickt werden, theoretisch sogar Freiwillige, die Teil der regulären Streitkräfte anderer Einheit, anderer Nationen sind. Hier kann sich fundamental können sich Dinge ändern. Auf russischer Seite kann es eine Revolution geben, einen Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung oder ähnliche Dinge. Es kann sich sehr, sehr viel ändern. Ein Krieg ist erst verloren, wenn er verloren ist. Aber zum jetzigen Zeitpunkt würde ich 60% Siegchancen den Russen zurechnen. Noch einmal danke an den Sponsor des heutigen Videos, CyberGhost VPN. Wenn Sie mit dem unten stehenden Link ein Abonnement abschließen, erhalten Sie 83% Rabatt auf den 24-Monats-Vertrag, womit dieser nur noch 2,03 Euro pro Monat kostet. Anschließend erhalten Sie noch einmal 4 Monate gratis, während Ihnen zu Beginn 45 Tage Geld-Zurück-Garantie zur Verfügung stehen. Noch eine kurze Erklärung zu Prognosen. Prognosen basieren auf Daten. Dazu müssen die Daten aber richtig vorliegen. Und das ist bereits das erste Problem, denn die tatsächlichen Rüstungszahlen beider Staaten wissen wir beispielsweise nicht. Wir wissen nicht den tatsächlichen Stand der Mobilisierung beider Staaten. Hier gibt es viele offene Fragezeichen. Und selbst wenn Informationen vorliegen, muss ich diese noch überhaupt erst mal erfahren. Und dann ist es natürlich immer möglich, dass ich sie falsch bewerte und daher zu einer Falscheinschätzung komme. Was die Entwicklung an der Front angeht, sind sehr, sehr viele Unsicherheitsfaktoren. Wenn sich die ukrainische oder die russische Militärführung entscheidet, etwas zu tun, mit dem ich überhaupt nicht rechnen würde, was ich für völlig unwahrscheinlich oder wahnwitzig halten würde, dann kann sich das Blatt komplett neu mischen. in wenigen Wochen, das sind alles Unsicherheitsfaktoren, die bei einer solchen Prognose einfach natürlich sind, zu erwarten sind. Und wir werden es uns in dem nächsten Video anschauen, wie weit ich mit dem Video des vergangenen Monats daneben lag und ob dies zu einer Veränderung der Einschätzung geführt hat. Aber hier nur zur Erklärung vorab, rechnen Sie damit, dass ein Teil dieser Prognosen falsch sein wird. Denn ich tue es auch. Das ist hier ein neues Format, was wir probieren, weil es von vielen Zuschauern immer wieder nachgefragt wird, und dass von mir längerfristige Prognosen getätigt werden, auch wenn ich ein Problem damit habe, weil ich sage, es sind so unfassbar viele Faktoren, die mir nicht bekannt sind. Probieren wir es einfach trotzdem mal. Wir werden ja sehen, ob das ordentlich in die Hose gehen wird oder nicht. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über den Daumen hoch. Das hilft sehr mit dem Algorithmus. Hinterlassen Sie einen Kommentar, was Sie von diesem Format halten. Und wenn Sie neu hier sind, möchte ich Sie einladen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu klicken, damit Sie künftige Videos nicht verpassen. Hier gibt es dreimal pro Woche aktuell Lageberichte zu der Entwicklung in der Ukraine entlang der Front. Das könnte ja dann auch ganz interessant für Sie sein. Von daher würde es mich freuen, Sie dann wiederzusehen. Und wenn Sie den Kanal unterstützen möchten, dann finden Sie die Mittel dazu in der Beschreibung, vielleicht auf Patreon oder ähnliches, wenn Sie das wollen. Das war es soweit von meiner Seite. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald. An der Stelle auch noch mein Dankeschön an die Unterstützer auf Patreon. Ganz im Besonderen an die Patreon-Leutnante Andreas Donath, Badass Lawyer, Dekunjo, Dr. Knut Brandes, Gregor Schwarz, Heribert Breitsamer, Jan Bannholzer und Plague Doctor. Vielen herzlichen Dank an Sie alle und an alle, die auf andere Art und Weise unterstützen.